ja mal ganz spontan hier begrüße dich roger und ich begrüße dich rossi schauen wir mal was geht heute aber ja schauen wir mal ein zwei replays auch für euch leute können gerne daumen hoch dafür da lassen was raus und schauen wir mal oder frosch die locken gut am samstag ist übrigens neue jahr und ich wünsche euch ein gutes neues jahr oder guten rutsch wie sagt man neues jahr wünscht man glaube ich erst an dem abend oder ist egal ihr wisst wie ich meine die liga städigung was ist sehr kampf mutig nach vorn wir sind anschrecken merci ich habe schon einen in den hintern gekriegt von unserem 283 was denn da los war ja schon ausgeteilt oh was haben wir denn das besprochen naja nie war euer tag war gut brillant wie immer leute wir suchen übrigens immer noch im letzten video hatte ich sogar einen angeworben damit leute für unseren clan wenn ihr wollt schreibt uns gerne an in game für lefans kennt ja jeder noch bitte bitte keine normalen menschen das denn nicht für uns wir sind jetzt nicht die oberkrassen performer aber wir haben spaß und spielen gern zug miteinander scharmützel auch und weltkarte haben wir auch schon gespielt reden über gott denn die welt genau und vor heute fast gesagt frauen wirsten bei liebeskummer da haben wir auch immer und wird auf die genaue kann auch alles wenn immer alles auf auch weil die zu viel arbeiten unterschiedlich um ich gehe mal und ich bin jetzt gehen durch durch jawohl es sind und der politik haben wir auch immer für euch so ja dratsch die linie helfen besonders rossi ja Nein. Oh, let's go, let's go. Das schöne Älchen, wenn ich zurückfahren würde, wäre er tot. Hier kannst du nicht auf den schießen. Doch, wenn ich treffen würde. Wenn ich treffen würde! Guten Morgen, Mann. Danke! Socken. Socken für alle Gucker. Oh mein Gott. Egal, ich lad's ungefiltert hoch, Leute. Nur für euch. Fangen. Hier aufgefangen. Weg für euch, komm ich mal weg. Ne, 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 ich muss doch nachladen, du Furzknoten. Ja, das hat er nicht. Ja, das hat er nicht. Und wo, wir könnten unseren Support brauchen, Jungs. Mh, mh, mh. Mh, mh. B, das stehe ich auch. Können wir jetzt nicht alle brauchen? Erstmal hat der Standort B für einen Schaden mit Kursus. 300. 300. 300. Dein. Dein Wartenkode ist mehr. Wo musst du denn nicht? Na, aber der UDES macht mehr. Also Standard B ist One-Shot-U. Das hat auch nicht mehr viel HP. Hab ich aufgemacht, aber ich bin nicht drügend bei dem. Das tut mir nicht fair. Hilfe. 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 Von die Jutta. Alright. Das wird noch richtig spannend, ihr Leute. Ah. Ich bin jetzt. Ah, du. Du kommst scharf ja zu dir hin können schießen. Da steht so, dass du hin schießen könntest. Hm. Dann halten Teagle. Oh, come on. Willst mich verarschen, hey? Ich hab noch eingeaimt. Ich hab den Scharfur nicht ruhig gemacht. Das ist ja auch nicht. Der Scharfur ist One-Shot. Ach, ihr seid tot, Jungs? Okay. Ja. Ables von Musik. Hm. Ich hoffe es mal, der TNH weiß, dass er so tut. Ah, der Scharfur hatte ich auf der Kimmel, Mann. Egal. Raus aus dem Game. Nächste Runde. Haben wir unsere 3.000. Reicht. Schau mal hin. Kannst du nicht so dumm einstellen. Ja. Ja. Dummkümmer selber, ne? Ja, dann mach das schon. Du warst, du machst das schon. Alles gut. So, ihr habt jetzt einen Panzerwunsch frei, liebe Zuschauer. Da ihr jetzt gerade nicht live seid, machen wir jetzt einfach den Panzer rein, was ihr denkt. Und ich glaube, ich hab den richtigen Riecher. So. Hm. Riecher, riecher. Dummkümmer selber. Was wollen wir denn? Was? Warte mal, ich muss gerade mal die Auswertung angucken, was wir da für Pfeifen im Team hatten. Hm. Ja, Rosi ist glaube ich abgefallen, oder? Keine Ahnung. Roger, willst du einen Panzer aussuchen? Wir machen drei Spiele. Jetzt hab ich den Emil ausgesucht. Das ist gut. Einen Panzerwunsch hast du frei. Ja gut, ja. Ich kann hier rein aussuchen. Genau, jetzt ist du dran, Roger. Wird der Emil drin sein? TNH hatte eine 11.000er Wertung, hab ich mir gedacht, der hatte den im Griff. Ja. Aber er hat trotzdem verloren. Das ist immer wichtig, das Team ist, Leute. Gewonnen. Ja, gewonnen ist gewonnen, oder? War das gewonnen? Ich hab sie untergeschossen und Roger hat es abgestoppt. Fantastisch. So. Emil ist dran, ja. Mir ist egal, jetzt bist du dran, Roger. Für unsere Zuschauer, du hast jetzt einen Panzerwunsch frei, ja. Ich hab einen Panzerwunsch frei, ja. Oh. Hey. Nochmal, nochmal, nein, nochmal. Mhm. Oh. Ich hab euch noch nicht immer. Entschuldigung, Leute, ich hab noch ein bisschen Männergrippe, aber ich komm, ist wertschaffend. Männergrippe. Ja, ja. Leopard. Mhm. Oh. 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 Das ist doch der mit der MG, ne? Ja, dann mach ich meine Autoloader Bitch. So. Ah, ja. Aber gut. Das Spiel heißt Glück. Ja. Wie in der Liebe. Ach du Scheiße. Die ganze Woche haben wir gespielt, ja. Das bringt ja nicht. Ne. Oh, hervorant. So. Das ist jetzt eine Karte, die will man nicht unbedingt als Met haben, aber... Okay, ne. Ich fahr mal meine Spezialstelle. Wir machen das Beste draus. Fahr Richtung Hill. Die wird wirklich auf den Höhe hoch. Fahr nicht auf den Hill. Ich fahr auf die Insel rechts. Ja, da fahr ich auch hin. Ja, es wird so ein Todeskommando, aber ich versuche, da zu springen an H1 an das Felsneck. Okay. Guck mal, wie meine Stellung da war. Ja, ich glaub das hier. Boah, wenn du schön am Busch entlang fährst, sieht man dich nicht. Du bist so schön grün. Mhm. Ich hab mal überlegt, wo ich die Tannung drauf gemacht hab, was mach ich drauf. Dann hab ich an dich gedacht, dann ist mir schlecht geworden. Sehr gut. Wollte reinfahren? Ich helfe gern weiter. Ja. Hi. Mh, meine Stellen hier? Ich hab's dann gang. So. Guna? Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Mann, so steht es vor mir, ja. Mann, ja. Oh, meine kleine Clip-Bitch. Ist aber lieb, dass er E50 stehen bleibt. Komm, 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 komm. Alright, Baby. Wird er klar? Ja. Oh, ich war uns im letzten Schoß. Willst du mich verarschen? Ich geh mal ein Reload. Kann ich da vorne eh nicht supporten. Ich bin auf dem E50 drauf und auf dem Pantera. Ich hab ja ein bisschen. Oh, ist ein Freund gefunden. Ja, der mag mich. Mag der mich auch, wenn ich ihn verschiebe? Nee. So, der ist halt schlimm. So, der braucht gerne in den Päschchen. Ah, T100, Alt. Kommt. Ah, Skopin ist One-Shot. E50 ist One-Shot. Alles One-Shots, Mann. Ja? Kann ich irgendwas zu Ende führen? Nein! Boah, komm, 100er. Ich klipp dich, Baby. Boah, diese scheiß Kalon. Boah, komm, 100er. Ich klipp dich, Baby. Und der ist auch drauf jetzt. Das ist scheiße. Zu viel gesagt, was der AMBT noch drin drauf hat. Nein. Nur die Kapu einer durch. da ist mehr mein kleiner ich baue uns an der seite aber er nicht an mir endgegner 3 2 ja du bist nicht gespottet ja ja komm ich hab bestimmt ein blind getroffen das ist gut keine kanunen hochkommst du gar nicht kaputt da rein lassen dieses blöde campernest da drüben aber jetzt ganz klar auf den anbte voll vor ich werde der mancher ich habe ja geschossen ja ich lasse ich mir 80 stehen 79 mein lieber sehr korrekt ich sage jetzt nichts was du beruflich machst korridmisch ganz neu den fang ich mir der baby come on rechts rechts nicht weil ich dir den gegönnt hätte so viel habe ich ihn nicht gegönnt ah mist das ist noch meine clip bitch der skoda ich fahre ihn ganz gerne ab und zu aber nur wenn ich wach bin und genug kaffee habe hab ich zwar nicht viel gemacht aber ich auch nicht da hinten sind bis auch wenig gekommen ich habe auch wenig gemacht gerade muss ich zugeben aber diese dreischusskanone die ist gewöhnungsbedürftig ok ich habe doch ein bisschen was gemacht ich habe einen bleib getroffen ok hast du gut gearbeitet ach noch ein bisschen mal ein bisschen Mühe gegeben wenn meine Zuschauer das Video gucken muss ich ein bisschen Leistung bringen ich will ja neue Abonnenten gewinnen weißt du so Rossi ist dran aber da strengt sie die an ja 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 da strengt er sich wieder an oh jetzt die Spezialeinheit hat er ausgewählt dann mache ich ihm was auf vielleicht schau mal schau mal ich stelle mich natürlich auch immer gerne in den Dienst des Teams ne logisch ja ja was oi oi nach dem Video habe ich 10 Abonnenten weniger so schau mal ok ihr seid die zwei Buschpiraten aber rutscht er zur Not legen wir zu weihnachten wir zusammen und kaufen ihm ein paar Abonnenten oder? ja was wollt ihr mehr kaufen? paar Abonnenten mehr naja nein nein sowas machen wir nicht sowas hat sich nicht nötig nein hab so einen Schweinsstuhl auch immer na nein nicht so die Runden waren zu gut jetzt kriegen wir in die Fresse nein ich bleibe immer an dem Ende des Stehen bis ooooh ooooh was machst du da als kleiner Siebener? hm da haben wir Gold lang ja das haben wir sowieso drin holst morb hier und jetzt stein hinkommst oh wenn du lustig bist los geht's hey dicker Chinese wobei auf der anderen Seite die ganzen Leid sind hm ich glaube das da auch 1,2 kommen ich habe das so im im feeling das ist irgendwie ich kann es nicht erklären also so du ja oh Gott ich bin ja ganz alleine nee ich bin ja alleine alleine jetzt guck gar nicht nach hinten da ist keiner deine Abonnenten sieht wie man hier oben stehen muss nein 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 nicht abstürzen NICHT abstürzen die gekriegt wochen mit und und Wunder Play Games ich komme rüber all right da wenn Hama also ich könnte auch versprechen dahinten steht nicht ziel c1 die macht da muss man ein bild jetzt hin zurückhalten was ich habe vom streetswagen auch gekriegt da ist beide neuner stehen oder in mir der hat weh gemacht na komm ich mich komm komm ich setz dich auf kette mein freund oder doch nicht mehr scheiße es wird jetzt doch ein bisschen heiß hier aber ich werde die stellung halten irgendwie mit allem was ich habe wenn es nichts ist ist es nicht das ist ein neuner td so aggressiver gut er ist top tier hm Ich lebe auch noch, weil es helfen ist. Hier musst du halten, die Heavys haben die Gegner schon richtig schön runtergeschossen. Wir können gleich deinen Support hier brauchen. Was kommt der? Der Scheiß ist übrigens gratis. Danke Roger. Du hast mich gerettet von der Ratte. Fast hätte ich ihn gehabt. Ein Schuss hätte ich noch gebraucht. Aber wenn alles verloren ist, wenn Roger noch am Leben ist, dann wird alles gut. Ein gutes Gefühl. Das ist fast schon eine Siegesserie. Ja, unglaublich. Das heißt, ihr müsst es jetzt angucken, obwohl er nicht so lange bis wir verlieren. Wir sind jetzt auf Roger drauf. Also ich fühle dich jetzt nicht nervös machen, Roger, aber die Kamera ist gerade auf dich gerichtet. Für unsere Zuschauer. Gibt alles. Und wenn Roger das Spiel gewonnen hat, dann kriege ich hoffentlich meine Kaffeemaschine von euch. Darauf warte ich ja seit drei Jahren von meinen Zuschauern. Aber ich wollte nichts sagen. Ich wollte... Sorry. Ich sollte manchmal die Klappe halten. So. So. Roger. Unser Skopien-Hartbesuch. Wiemann. Um Altigi. Auf 3 Uhr. So. Roger wird ihm einen herzlichen Willkommensgruß ausrichten. wie eine katze schleicht er sich an seine crew ist auf 120 prozent und nein noch reinkommen das macht er immer da wird es immer spannend machen kleiner tipp der hat nicht genug alpha für dich nebenbei aber du musst nicht mit dem ersten schuss treffen also auf jeden fall ganz sicher ist der roger das hasse davon weil du mit deinem essen gespielt dass jetzt kriegst du nichts ab gut jetzt darf und sofort liefern sie ja aber jetzt müssen wir die aufnahme beenden weil ich habe nicht mehr so gutes internet weil das lädt dann wieder zwei stunden hoch hier aber ich glaube wir haben drei nette games gehabt moment wollen wir in die garage gehen sehr schön aber dann sieg probier was übermachen gut dann wünsche ich euch ein gutes neues jahr und wie gesagt wenn ein kleiner sucht schreibt mich an und bis die tage tschüss roger tschüss roger rosie ja du musst noch unseren zuschauern adieu sagen gutes neues also bis dann also bis dann